muss ich wohl noch mal durchgucken, ja ich glaube ja, von hier irgendwo, da war ja nirgends mehr ein Fenster oh, doch da, guck mal da aber das sind auch keine Offiziere da kommen wahrscheinlich immer neue ich sehe hier keine Offiziere zeig dich hier sind auch keine, ne nee, ist nix, muss von da oben sein jetzt neue da da ist doch auch nix, oder das wird auch nicht angezeigt hier, ne vielleicht da vorne noch, oder was das sind alles ganz normale Soldaten hier das ist ja ein Panzer ja in der feindlichen Blockade das sind unsere Leute naja, ich sehe nur keine Offiziere, junger Mann was ist denn? ich bin hier halt nett nur noch einer warum ist jetzt nur noch einer? da oben drauf? nein das sind Schadensteine aber die sind bestimmt irgendwo dahin in den Fenstern oder sowas ich sehe keine aber einen hat es irgendwie erwischt jetzt noch mal runter wird wohl falsch sein, aber ich speichere vorher mal weil die sind auch wieder Typen vielleicht sieht man den ja dann unten oh 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 da schießt ein Panzer komm ich hier irgendwie raus? nee ich komm hier nicht raus das muss auch von oben sein aber das sind noch Healthpacks oh, da schießt der das sind aber alles nur Scharfsschützen das sind auch keine Offiziere das ist ein bisschen blöd gemacht muss man ja schon sagen das ist ein bisschen das ist ein bisschen das ist ein bisschen Auch nicht. Die waren alle hier, die beiden Ersten, ne? Der Dritte habe ich keine Ahnung, wo der gerade erledigt wurde. Nee, nach vorne sehe ich nichts. Ich sehe hier Stalin. Und da ist nichts. Das ist einfach die Blockade. Die geht hier los. Ich gehe bis hier rüber. Hier hinten dran. Das heißt, hier unten ist auch noch ein Panzer. Aber da komme ich ja auch nicht hin. Ist irgendwo ein Offizier noch drin in den Fenstern? Nee, da ist nicht noch mehr Decken drin in dem Haus. Wahrscheinlich ganz simpel. Und ich checke es einfach nicht. Vielleicht kommen die aber erst, wenn ich hier ein paar von denen abgeknallt habe. Vielleicht kommen die dann erst wieder raus. Sieht aber nicht so aus. Na, das ist ganz normale Soldaten, ne? Zeig dich. Oh, die kommen da hinten raus, alle. Da ist er doch. Mein Gott. Erobern Sie den roten Platz zurück. Okay, wir gehen runter. Was ein Drama. Er hat aber auch wirklich dieselbe Farbe wie der Hintergrund gehabt, ne? Sergeant, nicht wegrennen. Bleib hier bei mir. Wie kann ich jetzt die Panzer ausschalten? Da ist er. Aber die Panzer sind ausgeschaltet. Außer der hier. Der nett. Okay. Okay. Ach, die Bombardierer sind mit Luftangriffen. Ich bin da mitten rein gerannt. Alles klar. Einfach abwarten. Das heißt, ich kann jetzt laufen, ne? Alles down. Okay. Das heißt, hier hinten rein in den Bunker. Das war jetzt aber auch eine schwere Geburt hier. Okay. Ich weiß nicht, ob jetzt noch Feinde kommen. Ich meine, das ist immer ein Tunnelsystem. Ja, es kommt noch Feinde. Natürlich. Und wo auch immer. Hier wahrscheinlich. Scheiße. Ich hab das Scharfschützengewehr natürlich weggegeben. Komm mal die nette hoch. Oh Mann. Wo schießt der? Ich seh den nicht. Da hinten ein Auto. Oh, hier abspeichern ist heftig. Oh, ich mach's. Er lebt immer noch. Wo schießt denn der? Ja. Ja. Er ist da unten. Oh, nein. Ja, das war's. Nein, das ist mein eigener. Okay, den haben wir. Ich hoffe ja, dass irgendwo mal ein Healthpack liegt oder so. Da sind doch... Geile Knarre. Echt geile Bumme. Mit der macht's Fun. Okay. 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 Da sind Schlafschütze. Er ist tot. Oh, cool. Echt? Den hat's wohl gekostet, ja, ne? Oh, cool. Jetzt setzt er sich einfach da mitten rein. War gut getarnt, der junge Mann. Oh, da hinten ist ein Geschütz. Scheiße. Scheiße. Der hier ist tot oder was? Ja, der ist tot. Auf dem Feld gespeichert. Das war auch nicht so gut. Wahrscheinlich. Kann gefährlich werden, sowas. Oh. Okay, da vorne war das Geschütz. Da war das Geschütz. Ich will aber hier nochmal gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Hier darf man gar nicht weiter, ne? Okay. Hier darf man gar nicht weiter, ne? Da war沒事. Ich will aber viel raus. Ich, wenn wir in den Film wieder. Ich kann vier mit dem Film zurückgehen. Trocken. So. Gek auf. Er ist gespricht. Auf. Die Zeit. Die Zeit. Da waren geist. I? Wegen? Ja. Die Zeit. Geist ... no. Da ist dann noch irgendwas. Egal, wir gehen mal rein. Er lebt noch, oder was? Ich habe dem ins Gesicht geschossen, der kann noch nicht mehr leben. Oh, wo war da noch was? Da oben. Was? Scharfschütze. Mist.